Hallo Freunde, wir sind gerade auf dem Weg zum Bulli-Festival. Wir kommen quasi direkt aus dem Urlaub. Das Video werdet ihr erst nach diesem Video hier sehen. Wir waren auf Mallorca, aber das werdet ihr dann ja auf jeden Fall noch sehen. Wir haben alle Sachen gepackt, fahren jetzt nochmal das Auto waschen und sind dann Mittwochabend schon quasi beim Gelände. Und ein paar Freunde von uns sind auch schon da, sodass wir dann morgen früh direkt pünktlich auf den Platz können. Und ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es dieses Jahr wird. Wir sind wieder ein paar mehr Leute am Start und vielleicht treffe ich auch ein paar von euch. Das werden wir am Ende des Videos sehen und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Jetzt wird erstmal schön gegrillt und was gegessen. Tschüss! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020